Sehr schön, das gibt es in ganz normalen See. Also hier auf Rennen, das war auf dem zweiten Rennen. 65 war das letzte Rennen, hier auf der Solitude und die große Rennen. Des NCS haben sich dann ausgenähert in Richtung Hockenheimring, so dass das Solitude-Rennen dort auf dem Hockenheimring eine Seite liegt. Die Rennen dort auf dem Hockenheimring, die Kondenschein von Rennberg hat montiert. Also hier mit der Kondenschein in der YJ-Rennen in der Kontrolle Ockenheimring, das war ein ganzes Alt Earth-Eventydd, so dass das Lennste an die Hockenheimring übernommen hat. Der kleine Rennen heroic sah sich in deryse eine sehr große Drahtophonie. Das ist ein ganzes Mal. Das war auch am 19.000 Jahre in der Cher건berg. Das ist ein ganz schönes Auto aus Amerika, die befreitesten, der starkste Ford Falcon war damals sehr, sehr beliebt. Wenn wir aus großen, so neun, fünf, fünf, vier und eine starre Hinterachse mit Schmerzen, sodass man nicht gut anzählen konnte. Aber dann ist sogar ein Erform leichter, das ist zum Beispiel eine hierherrheber, die zudem steigertruppe. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020